Wir werden jetzt das Squid Game Spiel spielen. Ist neu rausgekommen, ey, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was das Spiel kann. Ich hab Erwartungen, die getroffen werden müssen. Squid Game, meiner Meinung nach eine 9 von 10 Serie, ist gut. Und das Spiel sind einfach generell mini... Man muss dafür nicht mal unbedingt Squid Game geschaut haben. Jawoll, okay, let's go. Geile Musik aber, das haben die gut gemacht. Das Problem ist, ich glaub die Leute trollen auch nochmal da drin. Let's go. Ich will ein Spiel, will ich gewinnen. Ja, okay, dann machen wir ein eigenes Game. Maximale Spieler. Man kann das komplett runterschrauben, ne. Ich lass mal zum Anfang testweise 10 von euch mitspielen. Okay, let's go. Hallo. Ah, okay. Okay, okay. Ey, Jungs, keine Carbonat-E-Roll-Sachen hier, bitte, okay? Keine Carbonat-E-Roll-Sachen hier. Hammet, Junge, Hammet. Ja, ich höre euch nur im Stream. Also, ihr müsst warten, bis ich höre, äh, im Stream rede. Achso, wir müssen alle auf diesen Knopf drücken. Hallo. Okay, let's go. Worum geht's hier bei dem Spiel? Ah, wer zuerst oben ist. Okay, okay. Jungs, wenn jetzt alle auf mich gehen, ne, das wäre ich denn los. Auf ernst. Hammet, sympathische Aktienmuschel. Nein! Ey, Junge, wie er semmelt. Wie er rumsemmelt. Junge, ich komm nicht hoch, Chap. Moin, ernst. Ziehen, Hammet. Boah, Digga, kann man einen Doppeljump machen? Ey, Hammet. Nein. Ey, Junge, was ist das für ein Spiel, Mann? Die Sprünge machen nicht mal Sinn. Ey. Digga, ist das so krank, ne? Ey, ich hab noch 36 Sekunden. 36 Sekunden noch. Ey, ich hab nur noch ein Schiff drücken, weil dann schwindet er dann. Und dann ist er noch ein Schiff gekommen. Ah. Schiff, Digga. Korrekt, er gibt mir die Tipps. On Stream. Ja. Nein, du Schwanz. Wir nicht können. Nein. Nein. Mit den 9 Sekunden noch. Ey, ich hab verkackt. Nein. Nein. Er ist immerhin direkt verkackt. Ich hab eigene Community auch rausgehauen und so. Ich bin nur noch Zuschauer, Chad. Hammet, schau zu. Ja, ja, ich guck, ich guck zu. Ich lief nicht direkt. Ich hab einen Knopf drücken. Ich hab einen Knopf drücken. Nur ein Kopf ist richtig, glaub ich. Nur ein Knopf. Ich nehm den roten. Er nimmt den roten. Roten. Oh mein Gott. Mach es. Er hat es geschafft. Jeder muss es einmal machen. Okay. Oder? Er hat es auch geschafft, oder? Ja. Oha. Er hat es auch geschafft. Oh mein Junge, alle schaffen das. Hä? Das glaub ich auch mit draufschmeißen. Spiel ich einfach mit Messer. Ich check gar nicht, was hier abgeht. Sind nur noch drei Stück am Start. Oh lol, hat der ihn umgebracht? Junge, was ist das für ein Spiel? Das war's. Die beiden letzten. Ah, man muss so hin und her springen. Okay. Ich glaub, man kann sich auch gegenseitig schubsen. Ich will nicht rein. Oh, er hat gewonnen. Die Odd hat gewonnen. Der King einfach. Geil Arsch. Oh, tsch. Ich weiß nicht, wie man redet im Spiel. Wie soll ich reden, Junge? So, so? Ja. Aber ich glaub ich muss immer rein. Ja, let's go. Ich glaub ich muss immer reindrücken, um das, damit ihr mich hört, das Opfer. Ey, was muss ich hier machen? Ich glaub das ist nicht so schlau, bei der eigenen Community zu verstecken, oder? Ich will nicht wieder direkt verlieren, Chat. Oha, das geht hoch. Jawohl. Boah, stabiles Versteck, Bro. Aber das Ding ist, ich streamen einfach dein Versteck gerade. Ja, ja, ja. Let's go. Let's go. Okay, jetzt kommt das. Jetzt kommt die Runde. Sind es die selben Spiele die ganze Zeit? Okay, hoffentlich muss ich nicht zuerst. Obwohl es als erster am besten hat man dann mehr Chancen zu gewinnen. Oh, ich hab mit als erster. Ah, hey, let's go. Warum heißt ich Taro Mizaki? Okay, jetzt wird's spannend. Ich hab nur fünf Sekunden. Nur einer rettet mich. Blau ist cool. Nein. Blau ist cool. Nimm mal einer pink, der Eier hat. Pink, nimm pink, nimm pink, wenn du Eier hast. Er hat keine Eier, Digga. Er hat keine Eggs. Er hat, äh, und? Okay, tak. Digga, wenn das dieselbe Ding ist, ist dann lieb ich. Also, wenn es nochmal danach dasselbe Spiel ist, was da gerade eben war, 1 zu 1, dann lieb ich. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Es gibt nur noch zwei Stück. Nee, jetzt glaube ich 50-50 Chance, oder, Chat? Oho. Juhu. Oho. Digga, einfach alle weg. Ah, das... Das ist dieses Brückenspiel, aber halt ein bisschen anders gezeichnet. Keiner hat Bock zu gehen, einfach, Chat. Ihr kennt doch alle den ersten. Geht doch wenigstens auf den ersten. Weißt du, was man meins. Jetzt ist es nur noch 50-50 Chance. Oh, er hat es geschafft. Let's go. Ja, ich weiß noch nicht. Ja, geschafft. Alles dank mir. Ja, natürlich. Der eine hatte Eier, der eine hatte Eier. Ah, und jetzt ist wieder das, was so bricht. Digga, ich will ein Spiel gewinnen. Schubst euch, schubst euch. Ohne Schubsen, Jungs, ohne Schubsen. Man muss Glück haben. Und das ist die bei einem selbst, dass man genügend Bewegungsraum hat, quasi. Oh, das haben wir geschafft. Oh mein Gott. Nee, doch nicht. Wollt schon sagen. Elia hat gewonnen. Junge, diese Ticker. Wie das aussieht. Einmal gehe ich raus, danach mache ich nochmal eine neue Runde. Damit auch nochmal alle reinkommen. Aber einmal in so ein random Ding reingehen. Deutsch, großer Schwanz only. Okay. Ich bin drin, Jungs. Da sind wir können 39 Leute rein. Was geht, Habit? Geht, Katrin. Okay, Chat, let's go. Ey, jetzt sind aber trotzdem welche aus dem Stream drin. Das heißt, ich habe trotzdem keine... Also, ich habe trotzdem voll die Nachteile. Oh, nicht das Spiel. Da fliegen doch voll viele direkt raus. Man muss nur am Ende drin sein. Richtig, Chat? Oder Chat? Digga, wie der Stream-Snipe sagt. Volle Ehrenlose. Ja, perfekt. Man kann hier einfach an der Seite hoch. Ja, stark, Digga. Nervt nicht. Scheiße. Nein, Junge. Ich gehe einfach an dieser Seite hoch, wo man generell hochlaufen kann. Ey. Schwanz, Alter. Ey, Junge, Chat, das ist so krank, ne? Keiner gönnt das schlimmer als bei FIFA. Nervt nicht. Nein. Nein, Chat. Ich war fast da, Mann. Scheiß Island Boy, Digga. Schwanz. Acht Sekunden. Ich habe es nicht geschafft. Junge. Shit, Mann. Ah, Digga. Also, das Spiel ist halt wirklich unnormal. Community Spiel mit 20 Leuten. Okay, let's go. Ja, okay, Jungs, okay. Gib mir alle Backpfeifen auf korrekt. Okay, jetzt geht's rein. Wir sind ins erste Spiel. Junge, ich will einmal erste Runde gewinnen, Jungs. Mach mal keine Faxen. Junge, was war als erstes? Das nervt man nicht. Junge, Emi, hör auf zu nerven, Digga. Emi nervt am krassesten, dieser Emi. Das Ding ist, wenn ich springe, springt eh alle hinterher. Jungs, hört auf. Jungs, Emi. Junge. Ey, lass mal alle Emi runterschubsen. Komm. Alle auf Emi. Alle auf Emi. Jetzt alle auf Emi. Alle auf Emi. Wir schmeißen ihn runter. Das ist mir scheißegal. Wir alle einfach verlieren einfach. Wir gehen alle auf Emi einfach. Es niekt extra. Es niekt. Guck mal. Hier, Emi, lauf. Lauf, Emi. Wir wollen nicht mehr dabei. Wo ist er? Ey, wir müssen jetzt, glaube ich, los. Ne? Sechs, vier Sekunden. Okay, okay. Nun gehen wir vor. Aua. Naja, wir haben alle verkackt, oder? Alle haben verloren. Junge. Einfach jeder Einzelne hat verloren, Digga. Junge. Nee, Digga, mach mal. Ich spiele so verkrankt, ne? Einfach irgendwer spielt ein Lied ab. Oh, nein. Was ist das nochmal? Ach, nee, nee. Das können wir schaffen. Dann haben wir, glaube ich, ein paar Stück diese Stöcker. Man muss von den Stöckern backen, ne? Ey, warum stechst du mich ab? Ich habe das Spiel verwechselt, Chat. Digga, da hätte ich auch gerne mitgemacht, Mann. Warum muss mich der eine rauskicken? Auf unkorrekt. Jetzt lauf, Jungs. Lauf, Jungs. Was ist das für ein Bild? Wortkopf, ist das Haftbefehl? Ist das Haftbefehl? Oft als Gesicht? Digga, das mit diesem Messerding habe ich gar nicht gecheckt, das Spiel. Was ist das jetzt? Man muss am Ende ein König sein, glaube ich. Man muss versuchen, die Könige zu berühren. Es sind eh 35 Sekunden, deswegen jetzt juckt eh noch nicht. Ich würde jetzt noch gar nicht, ich würde erst in den letzten 10 Sekunden irgendein Handlungsaktiv werden. Ich bin euch ehrlich, weil davor juckt eh nicht. Oh. Ich sag doch, in den letzten Sekunden wird es entschieden, Chat. Können Sie? Er sagt einfach, können Sie. Sieh, hey. Er hat zwartzt und explodiert die Bombe, okay. Oh. Deiner hat gewonnen. Der ist so krank, ne? Junge, nerf nicht. Nerf er nicht, Junge. Ey, ich kann, man kann sterben. Ach so. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ja, endlich. Okay, okay. Man, das ist früh genug schnell. Ja, irgendwer hat mich geschubst. Mann. Einfach Deutsche. Ich mache jetzt eins. Ein Game, wo nur vier Leute drin sein können. Einfach damit ich meine Chance erhöhe, zu gewinnen. Emi ist drin, Digga. Emi, scheiß nicht rein. Emi, wenn du reinscheißt, ich gehe direkt in ein neues Game. Direkt am besten ganz schnell, Jungs. Ganz schnell. Kommt rein, Jungs. Bitte. Bevor Emi drin ist. Bitte, bitte, bitte. Ohne Emi. Okay, endlich, endlich, Digga. Nicht ohne Emi. Jürgen, das war das Wichtigste. Okay, komplett neue Map. Hä? Ach, ich habe es geschafft. Ohne Schubsen, Jungs. Ohne Schubsen. Ohne Schubsen, ohne Schubsen. Woher? Hey, was ist das? Zwei Stück bin ich drauf. Direkt falle ich runter. Was ist das? Okay, mein Spiel. Ohne Schubsen, ohne Schubsen. Nein, bei mir sind viel weniger. Nein, wenn der hier runter geht, bin ich tot. Hör auf, das Spiel bitte auf. Oh mein Gott, wie ist das passiert? Nur noch wir beide. Er hat den einen runtergeschubst, glaube ich. Junge. Gönn. Ja, gönn. Nein. Nein, Mann. Hey Mann, wie kann die so Pech haben? Verstehst du? Jungs, ich bin pro da drin. Oh, oh. Ja. Let's go, bitch. Okay, okay. Oh nein, Glück. Kink sein ist schön. Nimm hoch, wenn du Eier hast. Oh, du brauchst gar keine Eier. Ja. Ey, was ist das? Nimm blau, wenn du Eier hast. Okay, okay. Nein, es geht weiter. Ja. 10, bitte komm jetzt, bitte. Ich glaube, es ist einer von uns zwei. Ich glaube, es ist einer von uns zwei. Ich glaube, es ist einer von uns zwei. Ja. Psch. Zeige mir einfach. Ja. Das ist meiner. Oh, oh. Oh, das war gut, Chat.